Nein, das wird ganz süß werden. Also für die Leute auf YouTube, wir müssen im Stehen spielen. Dank der liebevollen Kim. Bitte was? Timer ist an. Okay. Okay, der Latest-Screen war jetzt nicht mehr erwartet. Ich hab gedacht, es geht schneller. Scheiße, Alter. Wir kriegen die Generatoren nicht auf die Ketten, gell? Du kriegst diesen Fähigkeit-Check schon nicht mit der Leertaste. Das wird zu... Böse. Naja, die kannst du schon kriegen, so ist es nicht. Ja, mit dem Handballen. Ja, eben. Ich mach's mit dem kleinen Finger. Toll, aber krieg ich jetzt doch gerade noch eine Aufnahme von der Seite. Na, danke schön. Das ist ja geil. Vielen lieben Dank, Kim. Kannst du vielleicht... Kann jemand im Voice-Chat ein Killer sagen, dass wir gerade behindert sind? Gerade? In unserem Gaming-Stuff. Also, mehr als sonst. Das ist übrigens Freddy. Och, nö. Mercury? Ja, Freddy Mercury. Mama! Just kill the man! Matze, konzentrier dich doch mal. Ha! Fähigkeit-Check hat geklappt. Wie geh ich denn in die Hocker? Welche Taste waren das? STRG. Also, bei mir. Oder wie normale Menschen sagen, Steuerung. Nein, STRG. Ich find Steuerung nicht. Ja gut, er hat mich. Ging da mal gerannt. So eine Scheiße. Das würde verständlich ohne Leute. Aber er ist glaubt gar nicht mehr hinter mir, oder? Nee, der ist jetzt bei mir. Oh! Hallo! Renn doch! Ich konnte jetzt nicht rennen. Ich war zu doof zum Rennen. Das hat jetzt gerade meinen ganzen Kopf gefickt. Ich kann nicht in die Hocke gehen. Ich finde die Taste nicht dafür. Ist doch zum Kotzen. Ja, ja. Okay, ich komme gerade überhaupt nicht klar mit der Steuerung. Ich auch nicht. Ich habe Freddy auch sofort gehabt. Aber ich habe einen Generator relativ weit gekriegt. sogar für meine Feldmesser. Von uns denkt, wir sind komplett blöd oder so. Ja, sowieso. Also, jetzt gerade ist es echt bescheidend. Alter, fuck. Verkehr der Welt für alle Mitspieler. Nimm den Schatz raus. Ich habe das nicht so was erwartet hier. Ach, cool, du hängst auch. Lass mich mal bitte noch zwei Minuten hängen, danke. Verlieb Dennis. Ich habe das nicht hingekriegt. In keinster Weise. Ich weiß nicht, wieso. Machst du deine Zeit läuft ab? Welche genau? Im Spiel, da läuft so ein Ohr hoch. Absolut. Das wird so ein Genuss sein, wenn man sich wieder hinsetzen kann. Ich kann da die ganze Hand vernehmen. Rette mich nicht. Nein. Kann doch nichts. Bevor wir in die Geisterwelt kommen, ist das wahrscheinlich. Wir haben wahrscheinlich, wird das so sein. Wie lange noch? Das ist eine Minute 15. Ich kann sprinten, aber ich finde diese Hocke nicht. Verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, was ich als Hocke gemacht habe. Ich kann mich einfach nicht hinhalten. Ich probiere gerade einfach bloß die Zeit zu überdrücken. Scheiße, das war so gut. Geht vor allem aufs Handgelenk mit links zu steuern noch einmal. Mann, ich habe gewusst, dass es weglaufen ist. Wie lange noch? Okay, oben in dem Haus. Ich bin unten im Keller. Oben in dem Haus ist der Generator fast fertig. Ja, ich kann jetzt nicht reinlaufen. Spiel doch mal nicht oben rum. Er kommt wieder hoch. Er kommt wieder hoch. Fertig. Der Generator. Nein, du kannst dich wieder hinsetzen. Ah. Ich hatte es mir auf die Maus gelegt, die Taste zum Hocken. Ja, ihr seht jetzt gerade nicht viel von mir. Ich weiß. Alles gut. Dann setz dich doch wieder hin, Matze. Nee, wegen der Camp. Weil das Mikrofon doch vorhängt. Hast du alles umgebaut bei dir? Ja, weil das Mikrofon doch so feinsäglich ist. Dankeschön. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ich habe auf den Chat geachtet. Dankeschön, war schön anzusehen. Freut mich, Kim, dass du dich gefreut hast. Ja. Das hängst du unten im Haus, im Keller. Du kannst ihn da retten. Überall. Überall. Das ist weit weg. Er kommt. Das ist ein knappes Ding. Dort. Das war wieder so ein knappes Ding. Das kann, aber ich konnte nicht mehr klicken. Ich stand schon da, aber der hat nicht mehr reagiert. Wie lange das Streaming geht, noch circa eine Stunde eigentlich, sind die Dreamteams Streams. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich gehe davon aus, dass heute länger ist, weil wir Zeit haben. Okay. Wird heute länger, weil wir Zeit haben. Wenn ihr wollt. Wir müssen ja auch nicht alles das Game machen, wir können ja auch was anderes zocken. Ja, ich würde sagen, noch eine Stunde Dreamteam, DPD und dann, ja, zum Glück habe ich nur eine normale Werkzeugkiste genommen, die war auch nicht so wertvoll. Und dann vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ach, Feng, wir waren fast fertig. Na toll. Ich werde dafür erwischt. Perfekt. Das Schlimme war im Stehen und halt dann noch dieses Vertauschte. Ich habe dann versucht, einfach nur den Generator fertig zu machen, weil ich sagen, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat für mich. Bin ich ganz ehrlich. Ach, der ist ja schon fertig, der Genie. Okay, wir waren eine Sekunde vor dem Fertig, dann macht die einen Failcheck. Und dann geht es zu weit da hinten und dann kommt er klar direkt. Okay, sie ist hinter Kuhherr. Also hinter Mini. Mach den Genie fertig, jetzt, oder? Ja, komm fertig, ja. Du bist ein Kack-Generator, du stinkst und ölst. Ach so, so meint er. Entschuldigung, Peter vom Amt. So, er ist mit dir beim großen Haus. Ich bin am Eingang. Er ist mit Kuh am Haus. Rolle nicht ganz fertig machen, du? Ach, lernst du aus den Fehlern von Deniz, die an den Kopf knallt? Ja. Er sucht noch nach ihr. Ich weiß nicht, wo die, wo unsere Mädels hin ist. So, Genie ist fast fertig. Er ist, ähm... Diesen japanischen Garten, hätte ich fast gesagt. Du bist alles japanisch angehaucht. Wo seid ihr beide? Seid ihr am anderen Ausgang? Ich kann aber den anderen nicht machen. Weil er halt gerade jetzt hier so eine Blutfütze hingemacht. Heißt, sobald ich sie probiere anzurühren, weiß er, dass ich da bin. Heißt, ich muss zu deinem kommen. Dann komm, der ist fast offen. Wo ist der genau? Da, wo sie jetzt ist. Mach den nicht auf. Mach auf ruhig. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Der war doch hier hinten, ne? Irgendwo. Ach, hier. Hat Rolle leicht gestreichelt, die Dame. Wir sind raus. Achtung, er steht im Eingang. Zoll doch ruhig. Können wir ruhig mal machen. Ja, hast recht. Lass uns da mal schreien. Aber wir können uns hier mal treffen. Why not? So. Die Fleischfabrik. Ach, guck mal. Das Spiel. Dead by Daylight. Aber schön, dass du es nachfragen willst. Äh, es ist ein Schwein. Nein. Doch, in der Ecke steht ein A-Chic-Somax. One more time. Das war verdient. Ich bin bei Felix. Von der Laden? Ja, ich habe schon gesehen, wie ihr abgehauen seid ihr beiden. Die ist wirklich, die Oliver-Geissenshow. Als ob. Wer hat das jetzt nachgeguckt? Kim hat gerade geschrieben. Dankeschön. Äh, wisst ihr, wo sie ist? Nein. Nein, jo. Ich bin am Genie. Unten im Keller. Unten, unten, unten. Auch unten? Halt die mal bei dir bitte range. Ich halte die im Zaum. Ist die Römer noch bei dir? Ja. Mach ich Genie weiter. Das ist ein Abschlussdruck. Das ist ein super Witz. Das stimmt allerdings. Das ist der Arzt, was geschafft hat, manchmal so blöd. Felix liegt. Oder ist Geschirr nicht? Oh, das war eine Fehlentscheidung. Achso. Gibt keinen Fallschaden. Oh, ich sehe gerade, in welchem Zimmer wir hier sind. Ach, dann weiß ich, wo du bist. Kommt, ey, mir kann es vor. Ich mache noch kurz den Genie fertig. Hm, ich bin beim Genie, der noch bei der Ballerwanne. Ja, ja. Die Ola war geilsten, schon. So, Sachen gibt es. So ist nicht kugeln. So. Oh. Da hast du recht. Ich bin beim Besuch. Oh, auch nicht. Jagst dich gerade jemanden? Also, Delmatze. Ich habe Puls, aber ich sehe sie nicht. Entschuldigung. Ich bin jetzt da nicht mehr bei mir. Könnte entscheidende Zeit gewesen sein. Schwein kommt. Schwein. Bitte nicht runter schaffen zu mir. Genau die Zeit, die uns jetzt fehlt. Was macht sie da gerade? Macht den Genie kaputt. Nein, die hat meine Palette kaputt gemacht. Ich habe sie gerade mit einer Palette betäubt. Ja, sie kommt. Seid ihr immer noch unten? Die ist hier oben, bei mir. Fuck. Die kann auch unten sein, ich weiß nicht. Die ist runtergelaufen. Die sind immer noch bei uns. Die war gerade noch oben bei mir. Da hat sie gerade den Abzweig genommen. Stieg auf der Treppe. Warum? Weil es cool ist, ich kriege eine Falle oben. Ach so, weil es cool ist, gut, na dann. Was ist denn? Ich hänge hier Chicken-Wingse neben dem Ding. Ah, den mache ich mal dran. Sieht aus wie Chicken-Wingse. Könnte man eigentlich nachschen, wenn man schon hier rumbummelt. Ja, es war dumm. Ich habe es mitbekommen. Ist die bei dir? Wie kommst du da rauf? Ich fahre für einen Freund, denn es ist schüchtern. Oh, danke, dass du gebracht hast. Danke. Ich finde kein Genie. Was ist jetzt los? Ich habe das gelieft. Ich habe das gelieft. Hat hier Ergebnis entkommen. Ich war gerade dabei, mir eine Maske abzunehmen. Komm, Kim. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt nicht. Das ist das. Angeblich sei man zu älter als Kim. Ich bin älter als Kim. Hallo. Passen Sie mich bitte nicht an den Hintern. Kommen Sie her. Oh, wir sind alle drei zusammen. Nehm ist es. Nehm ist es? Ja, weil hier hinter uns steht eine silberne Truhe. Wo steht eine silberne Truhe? Da. Da ist Gegenmittel drin. Meinst du, das ist doch tapfbarer? Ne, der jagt gerade, das hin kommt doch nicht. Jetzt kommt er doch. Meinst du, denkst du ihn weg? Ja, ja. Ich guck gerade, er läuft weg, er läuft weg, er läuft weg. Der macht keinen follow me around. Er zeigt dir, wie man es spielt. Schau dir mal freilend die Pfütze an, die davor anstanden ist. Wo der ihn gespuckt hat. Ist doch schon dabei. Ich habe gerade einen dicken hinter mir. Ich weiß nicht, wie du es gerne hast. Bin ich nur hinter sich. Er ist nach oben, über dir. Das ist eine sehr interessante Map. Er ist da oben links von uns, ja? Also pro Killer, ja ja, pro Killer verlieren fast nie auf der Map. Ja und da wir einen Spieler haben, der Noob heißt, ist das schon sehr schön. Ne, weil das Ding ist, die Map ist richtig hart zweigeteilt. Wenn du das als Killer gut spielst, tust du einfach nur eine Map durchspielen, eine Seite. Wo drei Genies sind. Und dann können die niemals die ganze Genies machen. Da hinten hängt doch. Das heißt, wir müssen jetzt ein Genie auf der Seite hier machen. Sonst schaffen wir das nicht. Da kommt. Der hat was gesehen. Der hat uns gesehen. Der hat uns gesehen. Der hat uns lange hingehalten. Muss ich es kriegen. Warte ich? Boah. Ich glaube, der hat Bobby und Genie. Dass der durch die Wand sehen kann man da jemanden aufhängen. Oh Gott sei Dank hat er mich nicht gesehen. Der ist direkt an mir vorbeigerannt. Ne, der will an mich. Ne, der ist direkt durch mich durchgerannt. Der hat mich nicht gesehen, wie ich im Fahren hockte. Ah, der Roller hat einen Tarno machen von Harry Potter. Oh, fuck. Der hat aber nicht funktioniert, weil er mir grad seinen Älterstab gezeigt hat. Wie gesagt, den Genie auf der anderen Seite. Auf der Seite, wo wir gerade waren brauchen wir. Sonst können wir es nicht schaffen. Da wo du gerade bist, ist er auf der Seite. Hm. Er kommt auf die Seite zurück auch. Der weiß das auch, der Killer. Der ist ja nicht dumm. Ach man, du blöder alter Pisser mit deinem langen Pimmel. Jetzt müssen wir die Kiste weg. Danke. Du hast echt eine Hilfe. Danke. Keine Ahnung was du gemacht hast. War toll. Danke. Danke schön. Wenn ich mal Hilfe brauche, rufe ich dich an, Junge. Danke. 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 agieren und so er kommt das ist mit dir und sie hat es überlebt der genie war gut wir müssen weiterhin zu dem genie sie ist an einem dran aber auch in dem ich mach den genie hier oben für den fall dass er die anderen als schafft geht einfach an irgendein genie genau sie läuft gerade richtung tempel das war blöd sie hat sie im schrank eingesperrt ist so doof in der nachricht gleich richtung tempel wie gesagt er hat sie ist tot und ich danach auch gleich warum waren der genie den wir hier gemacht haben also schon fertig ich weiß nicht ob das relativ nah beieinander auf dem ich gerade bei der karte ließen kommt immer nur ein genies vorbei die schon fertig sind das ist nicht gut ich bin ja schon weg er hatte mich vorher nicht gesehen und durch den renner der karte kratzspuren gesehen steht ein zombie rum einfach dumme neige er ist bei rolle aber aber hat rolle nicht gesehen das ist auch nicht das ist jetzt mit lauf gegen die zeit zieh durch wir die ich weiß noch nicht wo du bist immer wenn man am trinken ist kommt der check ist du dahinten bist du nie der ist glaube ich in deine richtung laufen wird puls gehört der ist auch mehr von mir sind die also nicht direkt straight vielleicht nicht aber ich hatte kopf beim dennis puls okay das wird das wird knapp sieht noch gut aus zombies direkt bei mir ja scheiße das war's ich krieg nichts mehr sei den cranberries halt die glaubst du die überall ich bin auch noch verkiftet ja ist halt einfach immer weiß was meinst du dass die geniesungen wieder zurückgesetzt sind oder gibt es hier noch silberne trug krass das war gut hat er dich und seine kunst immer an die generator vorbeizulaufen ja ist das hetzing bei rolle sie ist alles was schon ledig denn es stirbt jetzt ja das heißt ich habe keine chance weil ich brauche die truhe die luke am besten die chancen gehen die zu machen nicht fertig gewesen er ist bei mir ja das war er hat mich keine chance ich habe mich aber auch ruckzuck gefunden ja macht das barbecue in chili dass du den immer siehst ja achten wir schon schon ja war ich nicht ich werde es dir gleich vor weil ich die stadt muss hat barbecue in chili entschuldigung nicht chill was sind denn ganz essen wird wunders das ist nur tot ich auch nicht ja ja